Hallo liebe Erstis und herzlich willkommen an der Ruhr-Universität Bochum. Wir sind gerade im Audimax der Ruhr mit 1.700 Sitzplätzen, unser größtes Gebäude hier. Mein Name ist Nico. Hallo, mein Name ist Hanife. Ich bin die Vorsitzende vom AStA, also dem Allgemeinen Studierendenausschuss. Das ist so etwas wie die Schülervertretung. Dementsprechend auch ein herzlich willkommen von mir. Ihr fragt euch sicherlich, why the fuck tragen diese Honks Rollschuhe und Schoner? Das macht gleich ein bisschen mehr Sinn. Bleibt dran, denn wir fahren gleich zu jemandem sehr besonderem. So, meine Damen und Herren. Wir sind ja eigentlich auf dem Weg zu einem ganz speziellen Menschen, aber vorher dachten wir uns, wir zeigen euch einmal das Repair-Café und das Gaming Hub des AStA. Genau, denn beides sind Initiativen vom AStA, die kostenlos für alle Studierenden zur Verfügung stehen. Philipp, kannst du uns vielleicht genaueres erzählen über das Repair-Café? Das AStA Repair-Café hat sich zum Ziel gesetzt, elektronische und technische Geräte kostenfrei mit euch zusammen zu reparieren. Hier kann man gemeinsam Hilfe zur Selbsthilfe bekommen und außerdem kann man alte elektronische Geräte abgeben, die dann hier recycelt werden und weiter verschenkt werden. Kommt gerne mittwochs 12 bis 18 Uhr vorbei oder zu unseren offenen Werkstatt dienstags 11 bis 14 Uhr. Oder ihr kommt zur AStA Fahrrad-Werkstatt dienstags bis Donnerstag könnt ihr dort kostenfrei mit unseren Helferinnen und Helfern eure Fahrräder reparieren. Ja, danke dir auf jeden Fall, Philipp. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter zum Gaming Hub, denn da treffen wir den Jerome. Also, los geht's! Tschüss, Philipp! Tschüss! Okay, dann klopfen wir mal. Hallöchen! Kannst du ein bisschen was über das Gaming Hub erzählen? Ja klar, also ihr seid hier gerade im AStA Gaming Hub. Das ist ein Ort, den wir hier für die Studierenden anbieten. Hier könnt ihr halt mit euren Freunden kostenlos vorbeikommen und halt Games zocken zusammen. Sei es halt eben Retro-Konsolen oder halt eben auch auf neueren Konsolen, wie zum Beispiel der Switch oder der PlayStation 5. Ihr könnt halt immer jeden Tag dann während der Vorlösungszeit vorbeikommen. Wir haben meistens so zwischen 12 bis 16 Uhr geöffnet. Also, ich könnte hier stundenlang weiterzocken, aber fahren kann ich damit nicht. Jetzt geht's weiter. Also, ich würde gerne so weiterfahren, wenn's geht. Ah, stopp! Eine Sache noch. Wir sind jetzt hier vor dem Studierendenhaus, also der AStA ist hier drin vor Ort. Und wir haben viel, viel mehr Angebote als nur das Repair Café oder der Gaming Hub. Wir haben verschiedene Tanzkurse, sportliche Aktivitäten, Klangschalenmeditation, das Kulturcafé. Also schaut auf jeden Fall vorbei, es lohnt sich. Aber heute ist das Thema nicht unser AStA, sondern es geht rüber! Ja! 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 Liebe Erstsemester, herzlich willkommen an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Martin Paul, ich bin der Rektor und möchte Sie heute willkommen heißen und auch beglückwünschen, dass Sie sich für ein Studium an unserer Universität entschieden haben. Es ist natürlich ein gewisser Übergang, wenn man von der Schule kommt und jetzt ein Studium beginnt. Es ist ein neuer Lebensabschnitt und das ist ja nicht immer ganz einfach und manchmal fragt man sich vielleicht, ist es doch das richtige Studium, das ich gewählt habe, die richtige Universität, das ist ganz normal. Aber das Schöne ist, dass wir ganz viele unterstützende Strukturen haben, fragen Sie um Rat, fragen Sie um Unterstützung. Es gibt ganz viele Bereiche, wo Ihnen dieser Übergang und dieser Neueinstieg leicht gemacht wird. Was für uns wichtig ist an dieser Universität, dass wir neben dem Studium auch viele extrakurrikuläre Aktivitäten anbieten zu wichtigen gesellschaftlichen Themen. Ein Thema, das uns jetzt gerade sehr beschäftigt, ist Nachhaltigkeit. Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Wie sorgen wir für eine Zukunft unseres Planeten und der Menschen auf diesem Planeten, die sich hier auch wirklich sicher und zu Hause fehlen können? Und in diesem Zusammenhang lade ich Sie jetzt schon ganz herzlich ein zur Nachhaltigkeitswoche ab dem 16. Oktober nach Semesterbeginn, indem wir dieses Thema ganz intensiv beleuchtet werden. Als Community, als Gemeinschaft von Studierenden und Lehrenden. Natürlich sind Sie auf einem Riesencampus. Die Ruhr-Universität war ja die erste Universität, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland aufgebaut wurde. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, den Weg auf diesem Campus zu finden. Aber das Schöne ist, wir sind eine richtige Gemeinschaft, eine kleine Gemeinde. Und wenn Sie nicht weiter finden oder etwas suchen, fragen Sie einfach den Studierenden, die Studierenden neben Ihnen. Fragen Sie einen unserer Mitarbeitenden. Fragen Sie jemanden aus dem Rektorat. Wir helfen Ihnen gerne. Kurz gesagt, wir hoffen, dass Ihnen das Studium nicht so schnell vorkommt wie dieses Musical Starlight Express, sondern dass Sie sich wirklich auch die Zeit nehmen, sich gut in dieser neuen Umgebung einzugewöhnen. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie eine gewinnbringende Zeit hier verleben werden. Es war in meinem Studium auch so, dass man da Freunde fürs Leben trifft. Ich bin auch nicht so ganz alt hier, relativ neu noch an der Ruhr-Universität seit fast zwei Jahren. Und für mich gibt es auch jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Das wünsche ich auch, dass Sie neben Ihrem Studium vieles entdecken können an der Universität in der Stadt Bochum. Denn das Studentenleben besteht eben zwar aus hartem Lernen, aber es gibt eben auch viele andere Dinge, die Sie genießen sollen. In diesem Sinne herzlich willkommen im Namen von uns allen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und vor allem eine gute Zeit hier an der Ruhr-Universität Bochum. Tschüss, viel Spaß jetzt und vielleicht sehen wir uns auf dem Campus. Bis dann!